Also ohne Schwerkraft wäre es langweilig. Mit Schwerkraft verbinde ich die Anziehung und man kann es halt auch so sehen, dass man sich als Kletterer dann in der Felsmasse angezogen fühlt. Zero-Gravity-Days ist wahrscheinlich eher Kopfsache. Ohne Schwerkraft bräuchte es ja auch keinen Klettersport. ä her g ich bei ch